Warum bist du denn gegangen? Es ist gegen meine Ehre, raub mir jede Zuversicht, dass ich mich nach dir verzehre und du dich nach mir nicht. Es würde mir viel besser passen, wir wären uns noch einmal nah, dann könnte ich dich ganz schnell verlassen, stände ich zu blöde da. Und ich zeige allen, ich bin doch kein Hampelmann, tu mir den Gefallen, fang noch mal was mit mir an, damit ich dich dann sitzen lassen kann. Stell dich nicht so an, halt zu deinem Mann, stell dich nicht so an, halt zu deinem Mann.